Unglaublich. Ricarda Lang macht alles noch viel schlimmer. In einem der jüngsten Interviews nach den Landtagswahlen in Brandenburg hat Ricarda Lang, Vorsitzende der Grünen, mit stark einstudierten Antworten auf die Wahlverluste ihrer Partei reagiert. Besonders auffällig dabei war die verhaltene Selbstkritik und die wiederholte Erklärung, dass die Grünen aufgrund taktischer Wählerentscheidungen gegen die AfD ins Hintertreffen geraten sein. Lang führte aus, dass viele Wählerinnen und Wähler in Brandenburg ihre Stimmen taktisch eingesetzt hätten, um einen Wahlsieg der AfD zu verhindern, was ihrer Partei letztendlich massiv geschadet habe. Sie blieb jedoch vage, als es darum ging, die konkreten Gründe für das schwache Abschneiden der Grünen zu benennen. Die Grünen haben in Brandenburg stark an Boden verloren und sitzen erstmals seit Jahren nicht mehr im Landtag. Diese Entwicklung wirft Fragen über die politische Position der Partei und deren Zukunftsaussichten auf. Ricarda Lang versuchte in ihren Ausführungen, das schlechte Ergebnis als eine Art taktische Wahlentscheidung der Bürger gegen die AfD zu entschuldigen. Dabei wich sie der Kritik aus, dass das schlechte Abschneiden ihrer Partei auch mit der Politik der Ampelregierung auf Bundesebene zu tun habe. Tatsächlich gibt es eine wachsende Unzufriedenheit mit der Ampel, insbesondere mit der Rolle der Grünen in der Koalition. Die Kritik an Lang und den Grünen beschränkt sich nicht nur auf ihre Kommunikationsstrategie. Die Partei steht auch inhaltlich unter Druck. Viele Bürger sind frustriert über die Klimapolitik, die E-Mobilitätsstrategie und den Umgang mit steigenden Lebenshaltungskosten. Langs Versuch, mit einer Prise Humor die Kritik an ihrer Partei abzumildern, wirkte deplatziert und wurde von vielen als taktlos empfunden, angesichts der ernsten Lage, in der sich die Partei befindet. Insgesamt zeigt das Interview, dass die Grünen sich in einer tiefen Krise befinden, die nicht allein durch taktische Wählerentscheidungen erklärt werden kann. Die Partei muss sich nun grundlegend neu positionieren, um bei den nächsten Wahlen wieder eine relevante Rolle zu spielen. Ob das mit der aktuellen Führung um Ricarda Lang und Robert Habeck gelingen wird, bleibt abzuwarten.